Hey, da sind wir wieder. Nein, du hast dich nicht verguckt. Wir sind in der gleichen Arena wie beim letzten Mann. Und da ist der Schuss und das Tor fällt nicht. Und das Tor im Nachschuss durch Carnotaurus. Da sehen wir ihn anfahren und in der Luft. Die anderen fliegen vorbei und fahren am Boden rum. Wunderbar links unten ins Eck gesetzt. Was sind das eigentlich für Leute? Pro-Pro-Veteranen. Und kein Team. Oh, da ist das Tor frei. Wie? Wie er zurückgelenkt hat. Oh, schön gehalten. Ah, schwach. Ah. 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 Oh, mein Batterienlevel neigt sich dem Ende zu, da muss ich langsam mal laden. Ja, ist ein Schicksal wieder rum. Tja, als es in GTA war, war es sehr schlimm. Aber selbst da konnte ich schnell genug reagieren. Ich kann gucken, ob ich gleich on the fly wechseln kann, aber der zweite Controller, den hab ich seit Monaten nicht benutzt, wahrscheinlich ist er auch entladen. Nein! Ich habe immer noch keine Wut da. Der ist drin? Nein! 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 Der ist drin! Ja, dann mach ich auch. Da ist er drin! Und da hast du Punkte, so geht's doch. Das war auch, ehrlich gesagt, knapper als ich gewollt habe. Also ich wollte nicht so weit nach links spielen, dass er fast wieder vorbei ist. Und ist da das nächste Tor? Ja, da ist das nächste Tor. Akanu Taubo ist hier mit einer wunderbaren Leistung. Gucken wir uns das Ganze noch mal eine Wiederholung an. Also erst den Gegner wegdrängen, dann den Gegner ausspielen und dann den weggedrängenden Gegner ausspielen. Können wir ja nur so weitergehen. Das geht die ganze Zeit schon sehr gut. Oh, das aber nicht. Wie er ihn noch einklemmt und reinschießen kann. Ja, das Glück hatten wir jetzt aber auch schon ein paar Mal, warum sollen die Gegner das nicht auch noch haben. Wir hatten ja das Glück eingeklemmt und selbst ins eigene Tor. Zwei, glaube ich, jetzt nicht bei Rangliste. Naja, nicht bei Rangliste. Ja, das hab ich ja gar nicht gedacht. Bei Rangliste haben wir eigentlich jetzt gerade nur Glück gehabt. Bei solchen Aktionen. Nein! Den hätte ich nicht gemacht. Aber egal. Oder ich. Oder er. Der hätten wir alle gemacht. Wir alle. Wir alle hätten ihn gemacht. Wir alle hätten ihn gemacht. Sorry. Das sagen sie alle. Und. Zu schwach. Und setz nach. Mach was. Spiel. Ja. Mach dir mal. Ich guck mal so ein bisschen zu. Nicht, dass da noch ein Konter kommt. Ja, was ein cooler Ball. Was? Haben wir jetzt schon wieder so ein AFK-Kerl? Sah kurzzeitig so aus, ja. Oh, es wird leicht windig und das Mikrofon vibriert. Ne. Er ist gefahren. Was? Was? Ich habe jetzt direkt das Team. Was? Jetzt werden wir nur so viel. Vier Tore führer. Das macht das Ganze jetzt noch viel viel einfacher. Zum Beispiel. Genau so. Scheiße. Ja. Gott, das ist mir schlecht. Nicht überheblich für das. Ja, ich bleib mit dem Tor die ganze Zeit. Gibt ihr wenigstens zwei gegen zum Spiel? Der fehlt jetzt nicht so. Ist doch nicht. Wo ist das? Oh Gott. Viel zu schlecht. Ja, ja. Kann man noch? Ja. Gut. Hält ihn nun? Ja. Irgendwie. Ja. Schade. Nein. Schade. Sechs. Sechs Punkte. Wundervoll. Das war die erste Partie. Such die nächste. Das läuft so gut. Das ist der neunte Sieg in Folge. Wahrscheinlich sind wir noch nicht auf dem richtigen Level der Gegner angekommen. Die Frage ist doch, gibt es überhaupt dieses Level? Das werden wir dann sehen. Mein Ping ist genial. Gut, geht wieder. Scheint so, als gäbe es diesmal an der Verteidigung etwas mehr zu tun. Was sind das für Leute? Experten und Pro und Veteran und Tor. Das war doch kein Wolli-Treffer. Wolli-Tor. Nein, doch. Das war höher als gedacht. Nein, nein. Hätte ich Maturo. Tja, wo hast du denn können? Oh. Das ist natürlich auch ein Schuss. Ja, ah, schade. Das dreht sich weg. Super. Yes, da ist der Ausgleich. Also, der Schuss wäre natürlich viel schöner gewesen als jetzt. Ah, dann staub ich mal ein bisschen ab. Lass es ihn nicht ändern. Ach, komm. Nein. Ach Gott. Nice. Wie jetzt einfach mal die Tonspuren wieder auseinander... Ton- und Bildspur wieder auseinanderlaufen. Ich verstehe das nicht. Das habe ich seit einiger Zeit. Ich glaube, seitdem ich auf Fakimun das 10 gegangen bin. Das ist böse. Total nervig. Oh, wir haben alle gedrückt. Ja. Dann setzt der Ton kurz aus und dann... Naja. Ich hoffe, es ist im Dings nicht. Und wenn doch, dann tut es mir leid. Keine Ahnung, woran es liegt. Mit nur das 10. Krasser Bicycle jetzt. Steht schon wieder... Oh, das tut mir ein. Das tut mir ein. Das tut mir ein. Ja, das tut mir ein. Oh, das ist ein Kontrolllast. Oh, ja, das... Das ist gut. Eine ganz zentere Erinnerung. Und ich bin dran. Am Strom. Scheint so, als wäre die Kontrolllast leer gewesen. Ich wäre noch in die Dämonischen Karten. Wer ihn an uns tut. Oh, schön gespielt. Schöner Spielzug. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob die absichtlich in mich reinfahren oder aus Versehen. Das wirst du wahrscheinlich nie erfahren. Nein. Verdammt. Schön. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass dieses Spiel so klar wird. Und dann auch noch... Oh, klar. Und ich bin aufgestiegen. Bronze 2, ebenfalls 11 Punkte. 9 Punkte, immer noch Bronze 1. Tja, tja, tja. Ob Regulus auch in Bronze 2 kommen wird, das seht ihr dann vielleicht in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Ganz bestimmt. Jetzt. Now that I know it's done forever, there's a hope in me where you used to be. Das ist ein bisschen weiter. Das ist einfach. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020